Wisst ihr noch, was ich gesagt habe, wie man es auf keinen Fall nennen soll? Diablo-Killer. GameStar. Jetzt kommt der Diablo-Killer. Das muss ich mir jetzt anschauen, ja. Es tut mir leid, ich muss mir jetzt den Diablo-Killer reinziehen. So, von GameStar den Diablo-Killer. Mal schauen. Wollen wir wetten, dass Maurice das Video gemacht hat? Jetzt ist der Early-Access-Release von Path of Exile 2 enthüllt. Im Livestream haben die Entwickler von Grinding-Gear-Games den Umfang des Vorabzugangs gezeigt und damit mächtig Eindruck hinterlassen. Mein Kollege Dennis aus der GameStar-Redaktion titelte beispielsweise Path of Exile 2 lässt das Endgame von Diablo 4 schon im Early-Access-Alt aussehen. Und... Okay. Okay, also Lobebe macht das. Soll das heißen, das, was ich vorhin meinte, bleibt eben nicht erspart. Es wird den ein oder anderen Seitenhieb Richtung Diablo 4 geben. Tja. Auch der Game Director Jonathan Rogers macht gleich zu Beginn der Präsentation klar, But even though it's Early-Access, this isn't just some small taste. The Game is huge. Und zumindest... Das muss man sagen, die Credit-Punkte, die verdienen sie oder die kriegen sie auch zurecht, weil nämlich... Weil nämlich... Ja, es ist kein normaler Test. Also mir wurde gesagt, dass Path of Exile 2 zu 80% fertig ist und 50% kommt in den Early-Access und die 50% ist schon richtig heftig. Und zumindest, was den Umfang und die Qualität der Präsentation betrifft, kann ich dem nur beipflichten. Damit herzlich willkommen, mein Name ist Melvin und auf YouTube und Twitch begleite ich unter dem Namen Lobebe die Entwicklung von Puzzlewechsel 1 und 2 seit einigen Jahren. Denn eines haben beide... Seit einigen Jahren schon. Tja, hätte er mal lieber Diablo 4 gespielt. Nori, danke dir. ...eine Path of Exile-Teile gemeinsam, sie sind wahnsinnig umfangreich. Schaut also gerne mal auf meinen Kanälen vorbei. Path of Exile ist wahnsinnig umfangreich. Geht. Ja. Am Ende kann ich euch POE, Diablo und alle anderen Arten von Spielen zusammenfassen. Ja. Leveln und looten. Punkt. Das ist die Kernessenz dieser Spiele. On top kommt vielleicht noch dazu. Du tötest Gegner, farmst Items, damit du stärker wirst, damit du schneller Gegner töten kannst, um schneller Items zu bekommen, um noch stärker zu werden, um noch schneller Gegner zu töten, um noch schneller Items zu bekommen. Warum? Ganz genau. Um noch stärker zu werden, um noch schneller zu werden, um noch schneller Gegner zu töten und noch mehr Items zu bekommen. Das ist der Loot-Cycle. Das ist der Loot-Cycle. Ja, dank ich mir später. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Come on, come on. Ich muss ehrlich sagen, es kann sogar sein, dass die vielleicht eine richtig gute Story haben. Werden wir hier niemals erfahren, aber könnte ja theoretisch möglich sein, dass die hier eine richtig geile Story haben. Und so. 20 Jahre nach den Ereignissen von Power Wechsel 1 kehrt die Verderbnis in Power Wechsel 2 zurück und... Das hat nur 20 Jahre gehalten? Okay. ...und es liegt mal wieder an uns, die Zerstörung der Fantasy-Welt Rare Class zu verhindern. Das leitet auch der im Hintergrund laufende Render-Trailer ein. Allzu viele solcher Videosequenzen sollte man während des Spiels allerdings nicht erwarten. Erfahrungsgemäß werden die Entwickler von Grinding Gear Games uns die Story nicht aufzwingen, sondern eher hinter Quest-Dialogen verstecken. Schon am 6. Dezember soll... ...meniger zum Skippen für dich. Naja, es gibt halt wirklich auch Leute, ja. Also man muss ja mal sagen, als Streamer des kleinen Mannes, ne, bin ich schon dafür, dass die Leute, die gerne Story spielen möchten, auch die Möglichkeit haben sollten. Weil alle anderen können Escape drücken. Und ich glaube, dass ich da wirklich für alle spreche, wenn die sagen, für uns ist es kein Problem, Escape zu drücken, wenn ihr dann eine Freude habt. Also von dem her, es ist ein Unterschied, ob ich mich dafür bewusst entscheide, es zu überspringen oder ob es gar nicht verfügbar ist. ... auf PC und Konsole losgehen. Übrigens auch gleich mit Crossplay... ...ja, ich wollte das Wort Volk, Streamer und so weiter nicht sagen, das ist in Österreich politisch gesehen jetzt aktuell ein bisschen schwierig. Crossprogression und Couchcore. Aber bevor wir jetzt zu tief ins Gameplay und in die Endgame-Highlights einsteigen, erst einmal ein paar Informationen zum Umfang der Early Access-Version. Gib uns den Umfang. Jonathan hat im Interview mit da von Microtransension gesagt, es gibt mehr Vorbestellung als erwartet in seine Aufgaben, bis in der Versuchung des Server. Das dachte ich mir schon, ja. Also jetzt haben wir die Leute wirklich gecashed, um BOE zu spielen. Also es dürfte eh sehr, sehr spannend werden, muss ich sagen. Ja, das dürfte eh sehr, sehr spannend werden. Gucken wir mal, lassen wir uns mal überraschen. So, go. Captain! GameStop! Captain! Dieses Video wird euch präsentiert von Rappu und gleich sieben Wireless Gaming-Mäusen. Die Hardware-Experten von Rappu bieten eine Besonderheit mit ihren Mäusen an. Alle sieben setzen auf dieselbe Technologie. Jetzt ist der Marvin Lowe-Pass so teuer, dass man jetzt eine In-Stream-Werbung haben. Nur damit der Marvin dann einen Porsche fahren kann. Danke Marvin! Bei den Kabeln... Spül doch mal vor, nee, das mach ich nicht. Ja, wenn wir schon was anschauen, dann schauen wir alles an. Auch die Credits für die Währung. ...losen Mäusen erwartet euch ein Sensor mit 26.000 dpi. Ah, Melvin, nicht Marvin. Okay, Melvin. Ja, vielleicht wollte ich seinen Namen noch schützen. Melvin? Ja. ... bis zu 160 Stunden Akkulaufzeit und eine laut Rappu lagfreie 2,4 GHz Übertragung. Sollte der Akku doch mal nicht ausreichen, könnt ihr die Maus natürlich auch im Kabelmodus benutzen. Aber jede der sieben Mäuse setzt auf ein eigenes Design. Ihr könnt euch also genau die Maus aussuchen, die bestmöglich zu eurer Hand passt. Zudem ist der... Darf ich mal kurz nachfragen, weil wer mir jetzt ist und dabei sind, welche Maus nutzt ihr? Seit Jahren so eine Logitech G502 Hero, die beste Maus auf dem Markt, die beste Maus, die es jemals gegeben hat. Und um Gottes Willen, Logitech sponsert endlich meinen Stream. Ich habe nur eure Maus. Ja. ...Kais mit 59 Euro... G502 Hero, nice. ... war allen gleich. Weitere Informationen zu den Wireless Gaming Mausen von Rappu erhaltet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Es wird sechs Klassen mit jeweils zwei... Es wird sechs Klassen mit zwei Spezialisierungen geben. Krieger... Okay. Wissen wir, nice. 502 Spiritborn gebannt, in Fachkreisen, ja. ... Spezialisierung, sogenannten Ascendancy Klassen. Achso, warte, wir müssen hier noch ganz kurz einen Wechsel machen. Wir schauen ja, wir sind ja nicht mehr in Diablo. Weiter mit PoE2. Ja, nicht, dass es hier... Pass of Exile... So, nicht, dass es hier zu Verwechslungen kommt. ...geben. Die schauen wir uns gleich aber nochmal im Detail an. Zum Release soll es später zwölf Klassen mit jeweils drei Ascendancies geben. Die Kampagne führt uns durch facettenreiche... Die Klassen kommen dann nach und nach, ne? ... Biome wie dunkle Wälder, KG-Ebenen und Dschungelruin. Die Spielwelt von Path of Exile 2 ist übrigens erneut in Zonen unterteilt, die immer wieder zufällig neu erstellt werden. Es ist jetzt immer noch so, dass ich die Zonen auch resetten kann, wie in PoE1, weil da kann man ja sich noch erinnern an die... Ah, wie hieß das, wo wir diese Runs gemacht hatten? Auch in der Hoffnung, um eine Tabo-Karte zu finden, immer wieder das gleiche hoch. Ist mir der Name entfallen. Für die, die es wissen, die wissen es. Da muss das auch... Ja, Blut-Aqueduct. Der Name werden wir jetzt nicht eingebauen. Genau, diese Blut-Aqueduct-Runs für die letzten drei bis fünf Level, um dann abzuschließen. Und da hat es ja auch immer die Möglichkeit, über den Teleporter das zu resetten, weil wir hatten beim letzten Talk auch zu PoE2 und so weiter, es gibt immer eine Möglichkeit, im PoE overlevel zu sein. Also es ist generell, weil ja auch im PoE2 die Monster schwerer werden und whatever, die ganzen Bossfights, immer zwei, drei Level höher zu sein, ist kein Nachteil. Also keine vordefinierte Open World wie bei Diablo 4. Im Early Access enthält die Kampagne allerdings erstmal nur drei von sechs Akte. So blieb laut den Entwicklern mehr Zeit für das Endgame, damit keine... Also wenn du von Level 1 bis 45, sollst du ja 25 Stunden brauchen, ne? Puh. Und dann wiederholt sich das Ganze in einem deutlich härteren Level nochmal 20 Level für da... Also ich glaube, um mal hier zu landen, musst du wahrscheinlich mit 50 Stunden was rechnen, ne? 40, 50 Stunden, dann bist du erst praktisch beim Einstieg zum Endgame. Also da ist schon noch ein bisschen mehr zu spielen. Ja? Da ist mal definitiv auch hier schon ein bisschen mehr, was hier rumkreucht und fleucht. Also da bin ich mal gespannt. Das ist natürlich hier dann not bad. Okay. Jo. Die Level-Lücke zum Endgame entsteht, wiederholt sich die Kampagne nach Act 3 in einer etwas abgewandelten, schwierigeren Version. Also im Endeffekt... Eine prinzipielle Frage, bevor es losgeht. Es gibt kein Pay-to-Win oder sonstige Geschichten. Ist im PoE 2 das Trading genauso möglich wie im PoE 1, ja? Ich frage jetzt mal, ich gebe euch mal ein rein theoretisches Szenario, ne? Der Österreicher braucht Hilfe von der Community, stellt sich ins Hideout und sucht sich vielleicht den ein oder anderen Chaos Orb, Regal Orb, Exalted oder so ernstiges von der Community, um dann sein Gear zu craften. Ja? Bis er wieder auf Diablo zurück wechseln kann, weil du gehst bankrott, wenn du Diablo 4 bleibst. Also ich hoffe, ich habe das auch jedem gesagt, das ist auch komplett unromantisch oder sonstiges. Es ist eine reine, auch eine Business-Entscheidung. Diablo 4 hat jetzt auch im letzten Jahr, die haben mit ein paar Seasons sollen Bauchklatscher hingelegt, dass du da einfach weg musst, weil sonst kannst du zudrehen. Als Full-Time-Streamer, ja? Als Full-Time-Streamer bei Diablo hängen zu bleiben, rund um die Uhr, das kannst du nicht erlauben. Du musst wechseln, du musst schauen und das ist auch erfrischend, weil du darfst ja auch nicht vergessen, dass jemand zum Beispiel wie Rob oder auch ich, wir haben ja tausende Stunden schon gespielt. Also ich vielleicht tausend, Rob vielleicht zweitausend oder whatever. Also du musst einfach wirklich auch wechseln, weil es ist neu und frisch und so wie ich, ich freue mich jetzt richtig auf PoE 2. Ich habe es zwar schon gespielt über die letzten zwei Jahre, einfach weil es was Neues ist. Weil es was Neues ist, verstehst? Ja? Spielen wir sechs Akte, nur wird es in der Vollversion viel mehr Abwechslung geben, weil es in Akt 4 bis 6 in neue Gebiete und gegen neue Gegner geht. Für Abwechslung könnten auch die Steuerungsmöglichkeiten sorgen. Am PC können wir nämlich unseren Charakter klassisch mit der Maustaste bewegen, zum Gamepad greifen oder WASD zur Bewegungssteuerung nutzen. Übrigens sorgte eine etwas ältere Gameplay-Sequenz von Grinding Gear Games, in der ein Reittier zu sehen war, für viel Spekulation über die Einführung von Reittieren in... Reittiere gibt es nicht oder... Oh mein Gott, ich brauche Reittiere! Das heißt also, keine Mounts im PoE? Mountlos durch die Nacht? Schade. Also, ich verstehe, dass wahrscheinlich das PoE selbst das nicht hergibt. Also jetzt hier mit den Mounts und so weiter rumzulaufen und so, das wird es einfach nicht hergeben, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Würde ich aber cool finden, ja. Dafür hat aber PoE die Möglichkeit für die Cosmetics und zwar für Rings und so. Und es gibt leider sehr geil aussehende Waffenskins, brennende Rings und so weiter. Und für alle, die ein bisschen so ein Shopping-Opfer sind, ja, so ein kosmetisches Shopping-Opfer, wo ich mich auch dazu zähle, der dann praktisch, wenn man so Level 40 erreicht hat und dann denkt, jetzt hat meine Klasse mal ein geiles Outfit verdient, die schlagen dann zu. Und an all die möchte ich jetzt sagen, Dankeschön, weil ihr bezahlt für alle anderen das Gaming. Da hat sich nichts geändert. Die steht jetzt jedem Charakter zur Verfügung. Sie hat keine Abklingzeit und sorgt dafür, dass Schläge und Projekte... Die Frage ist, was wir hier auch gesehen hatten bezüglich der Bosskämpfe, wie gut es ankommt, dass PoE 2 ein deutlich bosskampf-fokussierteres Game ist. Und das mag nicht jeder. Also nicht jeder ist der größte Fan von Bosskämpfen. Weil du ja immer wieder repeatest und so. Also muss man mal gucken. Ich weiß nicht im Prozent, wie viel von den Gestamp-Spielzeiten du dann bei den Bosskämpfen verbringen wirst, aber... Der Charakter zur Verfügung. Sie hat keine Abklingzeit und sorgt dafür, dass Schläge und Projektile von Gegnern ins Leere laufen. Flächenschaden können wir uns damit jedoch nicht entziehen. Komplett neu ist die Information, dass der Early Access direkt mit deutscher Textübersetzung verfügbar ist. Auf eine deutsche Sprachausgabe würde ich allerdings nicht hoffen. Auch Path of Exile 2 soll übrigens wie sein Vorgänger zum vollen Release dann ein Free-to-Play-Titel werden. Die Early Access-Phase, die mindestens sechs Monate laufen wird, ist hingegen nicht kostenlos. Wer also ab dem 6. Dezember spielen will, muss sich eines der Supporter-Packs kaufen. Das Einstiegspaket kostet etwa... Also 28 Euro für einen Early Access, was aktuell aussieht, wie es aussieht, mit dem Umfang, wo allein die ersten 45 Level ja schon 25 Stunden brauchen, ich glaube, das ist okay. Ja, also normal, man muss mittlerweile aufpassen, weil ich habe mir ja auch von, wie hieß das eine, MMO da, Ashes of Creation, den Zugang gekauft für 120 Dollar. Und habe eine Stunde oder zwei gespielt und dann dachte ich mir, ja okay, warte, das braucht noch ein bisschen Zeit. Also ich hoffe mal, was ich bis jetzt gesehen habe und auch, was ich bis jetzt spielen konnte, ist da BOE schon noch was anderes. Und wenn es rauskommt, ist es dann eh free. 30 Euro. Es enthält ein Key für den Early Access und schreibt uns 300 Job-Punkte gut. Die kann man wiederum für Mikrotransaktionen wie beispielsweise extra Truenfächer einsetzen. Übrigens, für ganz spendable Spieler, die bereits mindestens 480 Dollar im ersten Teil ausgegeben haben, ist der Early Access-Zugang zum neuen Spiel kostenlos. Bevor wir jetzt zu den spielbaren Klassen kommen, noch ein paar Worte zur Komplexität von Path of Exile 2. Denn Path of Exile 1 ist ja bekannt für überkomplexe Spielmechaniken. Als Spieler wird man von Funktionen und Möglichkeiten regelrecht überschüttet. Das kam in der Ver- Das ist jetzt in BOE 2 immer noch so. Zwinker, zwinker. Also, ne? Ich möchte ja jetzt hier nichts sagen, aber unter uns, Freunde. Tja. ...vergangenheit nicht bei jedem gut an. Ich muss das so in aller Deutlichkeit sagen. Wie viel hat der Skillbaum von Path of Exile 2? Hat 1500 Punkte, Knotenpunkte, ja? Fairerweise, ihr seht ja hier diese kleinen, sieht man die Maus, ja, das sind ja sogenannte Travel Notes oder so. Also, es sind ja jetzt nicht 1500 Skill entscheidende Punkte, whatever, sondern da brauchst du ja vielleicht nur ein paar hundert davon. Zwinker, zwinker. ...Wechsel 2 wird in keinem Fall weniger umfangreich. Nach der aktuellen Präsentation geht... Zoom rein, du kannst doch nicht einfach so den Baum zeigen. ...hehe ich sogar vom Gegenteil aus. Dennoch bin ich der Meinung, dass Path of Exile 2 sehr wahrscheinlich einen besseren und leichteren Einstieg für Anfänger bietet als der Vorgänger. Hier nur drei Beispiele, wie die Entwickler das schaffen möchten. Path of Exile 1 Spielern ist sicherlich aufgefallen, dass die Fläschchen anders sind. Statt fünf Flaschen gibt es nur noch zwei Varianten, nämlich für... ...ob die Fläschchen das Problem der Komplexität sind. Ich muss sagen, in den letzten Leaks, die ich in POI 1 gespielt habe, war es deutlich einfacher, weil du ja diese Elixiere praktisch mit einer Bedingung verzaubern konntest. Zum Beispiel, wenn es voll ist, drücken die sich automatisch und das hat sehr stark geholfen. Ja, also diese, ich weiß nicht mehr genau, wie die Bedingung war, Cast-On, irgendwas, fand ich richtig gut. ...Leben und Mana. Dafür gibt es neben den Flaschen bis zu drei Steckplätze, die wir mit Charms füllen können. Charms aktivieren sich automatisch und verhindern beispielsweise, dass wir eingefroren werden. Solche Effekte hat man bisher oft mit Fläschchen... Wisst ihr, was noch verhindert, dass ihr eingefroren werdet? Wenn ihr der Burner seid. Kobi, es ist ein Dankeschön für die 22 Monate und hier oben habe ich noch gesehen. Neol, auch ein Dankeschön dir für den Reserv. Schnell ablenken. ...schinausgelöst, musste sich aber aktiv drum kümmern. Das passiert jetzt automatisch und sorgt für weniger Tastenrücken. Stimmt es, dass Grinding Gear Games gesagt hat, dass dieser Schussbengel hier die einfachste Klasse ist, den du da mit WASD steuern musst, in die richtige Richtung schauen mit Schießen und Sonstiges, ja, das ist so Grinding Gear Games und einfache Klassen. ...gehacke. Ein... Lasst lieber den Österreicher die Anfänger-Guides machen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Skill-System. Zwar gibt es in Puzzle Wechsel 2 auch massig unterschiedliche Skills und Modifikationsmöglichkeiten in Form von Gems, aber neuen Spielern wird der Anfang massiv erleichtert. Wir bekommen nämlich ungeschliffene Gems, die uns in ein Skill-Menü bringen. In diesem Menü gibt es... Ich glaube, mir ist auch die Hälfte des Chats noch ein ungeschliffener Gems. ...es erstmal ein paar Vorschläge passend zur eigenen Klasse. Das wäre natürlich aufgegangen. Ein schlechter Seller, das wäre gute Werbung für Chili gewesen. Was? Das heißt aber nicht, dass man eingeschränkt ist. Erfahrene Spieler können weiterhin aus allen verfügbaren Skill- und Support-Gems auswählen. So ist es übersichtlich für neue Spieler, aber gleichzeitig nicht eindimensional für Veteranen. Als letztes Beispiel nenne ich gern den gefürchteten Skill-Tree. Das größte Problem in Puzzle Wechsel 1 war, dass es als neuer Spieler fast unmöglich war, umfangreiche Änderungen am Skill-Tree vorzunehmen. Dadurch hatte man Sorge, einfach mal rumzuprobieren. Denn für das Zurücksetzen der Punkte benötigte man eine bestimmte Währung, die man erst im späteren Verlauf des Spiels in größeren Mengen erhalten hat. In Puzzle Wechsel 2 kann man dauerhaft Skill-Punkte gegen Gold zurücksetzen. Und Gold findet man passiv beim Spielen, da sich Die Änderung so gut angefühlt hat, wurde sie inzwischen auch schon in Path of Exile 1 eingeführt. So viel zu den Erleichterungen, die den Start in Path of Exile 2 einfacher machen können. Jetzt schauen wir uns mal die verfügbaren Klassen an. Den Anfang macht die neue Klasse Mönch, beziehungsweise im Englischen Monk. Der Monk ist ein schneller, wendiger Nahkämpfer, der einen Kampfstab nutzt. Sein Fokus liegt auf der Verkettung von Attacken, mit denen er mächtige Kombos entfesselt. Er beherrscht drei Kampfkünste, Blitz, Eis und Wind. Die besten Angriffe gelingen, wenn man geschickt zwischen diesen Elementen wechselt. Die vorhin erwähnten Ascendancy-Optionen für den Monk sind der Invoker und der Acolyte of Shaiula. Als Invoker nutzt ihr Elementarschaden für die Angriffe. Kritische Treffer erzeugen Wellen aus Blitz. Meint er nicht Clay von dem Fuß, die jetzt in Amerika und L.A. waren, bei einem Path of Exile 10-stündigen Test, dass der Mönch scheiße schwer zu spielen ist? Weil du zwischen Rage und Mili immer hin und her wechseln musst? Ich meine, optisch macht er jetzt schon gut was her, aber... Oder Eis. Durch Meditieren verdoppelt sich die Energierüstung. Mit Spezialisierung auf Kälte oder Blitz könnt ihr euch in einen Avatar verwandeln und noch stärker werden. Als Acolyte of Shaiula opfert ihr Spirit, um Dunkelheit zu nutzen. Diese... Ihr opfert einen Spirit-Born? Okay. Ressource schützt euch und verstärkt euren Chaos-Schaden. Der Dunkle Pakt erhöht eure Chaos-Resistenz und erlaubt euch Mana sofort zu leatschen, um eure Energierüstung zu regenerieren. Der Warrior ist ein Nahkämpfer mit kraftvollen, aber dafür langsamer Angriffen. Seine Steuerung bleibt dabei präzise. Ich hab den gespielt und der war sehr träge, bis mir dann eben die Fuss gesagt haben, du musst mal Level 12 sein und dann zieht der an. Ich war aber nicht Level 12. Man kann Angriffe während der Animation kontrollieren oder mit einer Dodge Roll abbrechen. Dank seiner hohen Rüstung bleibt er gegen kleine Gegner gut geschützt. Als Primärwaffe nutzt er den... Jetzt sind die Anfänger-Guides schon ready. Ja, sind sie, wir haben ja so ein riesiges Dokument, wo die wichtigen Sachen drinstehen und alles andere gibt's live auf twitch.tv slash jesseywalks. Da kannst du jederzeit vorbeischauen und eine Frage stellen. Wir haben das geballte Pass-of-Excel-Wissen in dem Chat und mich als jungen, dynamischen Schauspieler, um das an euch weiterzugeben. Und gut aussehend, hab ich vergessen. Und gut aussehend. An der Stelle ein paar Worte zum Schild in Power-Wechsel 2. Schaden stehen. Ist das jetzt so wie so ein Kreuzritter in D3? Hat bei mir nämlich nicht funktioniert. Baut sich bei Treffern ein Balken auf. Erreicht er 100%, bricht der Schild zusammen. Es gibt auch unblockbare Attacken. Ah, okay, okay, okay. Tja. Die in Rot angezeigt werden. Während des Blockens könnt ihr Schild-Skills einsetzen, um in Bewegung zu bleiben oder Konter einzuleiten. Die Ascendancy-Optionen sind Warbringer oder Titan. Als Warbringer ruft ihr die Geister eurer Vorfahren herbei. Mit Totems und Kriegsschreien setzt ihr auf explosive Angriffe, die kaum unterbrochen werden. Der Titan entfesselt massive Schläge, die Nachbeben verursachen. Ihr betäubt Gegner oft und verursacht erhöhten Schaden gegen betäubte Gegner. Die Wainerin ist eine flinke Fernkämpferin, die sogar während des Laufens präzise mit ihrem Boot... ...oder macht, was ihr wollt. ...umschießen kann. Zahlreiche Skills erlauben ihr schnelle Bewegungen, Sprünge und geschicktes Ausweichen im Kampf. Ihre Angriffe variieren je nach Element. Blitzattacken springen zwischen Gegnern, Eisangriffe verlangsamen und frieren ein und Gift verursacht anhaltenden Schaden über Zeit. Als Ascendancy-Option steht Deadeye und Pathfinder zur Verfügung. Als Deadeye seid ihr Meisterin der Präzision. Ihr verschießt zusätzliche Projektile, werdet mit jedem Schuss schneller und trefft immer euer Ziel. Als Pathfinder nutzt ihr die Kraft von Flaschen. Ihr werft explosive Mixturen, die Gegner schocken, vergeht... Was bist du da? Ein Barkeeper, der hier Drinks wirft? Geil. Glaubst du, das Spiel läuft gut auf der neuen Generation? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ja die Systemanforderung, die bei Steam dabei steht, für das, was es grafisch leisten kann, geht es unglaublich weit runter für die Anforderungen. Also, das läuft auch auf den Konsolen super. Klammer auf, ich habe keine Ahnung, ob es schon gut genug getestet ist für jetzt aktuell Early Access und Testphase. Klammer zu. Aber sonst knallt das Ding richtig rein. Der Mercenary bringt das Shootergefühl in die Fantasywelt. Nicht zuletzt durch die optionale WASD-Steuerung. Obwohl man immer eine Armbrust benutzt, imitieren die Skills verschiedene Waffentypen. Von Shotguns und Sturmgewehren bis hin zu Scharfschützengewehren und Granatwerfern. Unterschiedliche Munitionen wie Eis, Gift oder rüstungsbrechende Bolzen erlaubt Gegner gezielt zu schwächen. Schnelles Umschalten zwischen Munitionsarten sorgt für mächtige Kombos. Als Ascendancy-Option steht dir der Witch Hunter oder der Jamling Legionär zur Verfügung. Als Witch Hunter bekommt ihr ein spezielles Schild, das Zauberblockt, jedoch eure Verteidigung gegen Angriffe senkt. Ihr bezwingt umliegende Gegner mit Explosionsschaden, wenn sie besiegt werden. Oder zieht direkt... Vielleicht echt mal spannend, das Genre so ein bisschen zu spielen mit so einer Shooter-Variante. Man müsste sich dann am Ende des Tages trotzdem anschauen, aber ihr wisst, was ich meine. Das könnte, glaube ich, schon auch ein ganz spannender Ansatz sein. Thomas, wann spielst du denn das Spiel? Ich spiele das ab 6. Dezember 20 Uhr, weil da ist der Early Access Release und dann eine Woche lang jeden Tag. Das Problem ist, Pass of Excel hat jetzt seit der Ankündigung von ein paar Tagen jeden Tag Interviews, Videos und so einen Haufen Infos rausgehauen, dass du wahrscheinlich schon bis zum 6. Dezember nur brauchst, um mal einen Überblick zu bekommen. Deswegen nutzt auch das Google Docs-File, weil das ist riesig. ...prozent ihrer Lebenspunkte ab. Ideal für Bosskämpfe. Der Jamling Legionär dreht sich komplett um Gems. Er erhaltet zusätzliche Skill-Slots, ignoriert Attributsanforderungen von Gems und verbessert die Qualität von Skills... Wir schauen jetzt gerade das Video von... Nächste Woche startet endlich Pass of Excel 2 und liefert mehr, als wir erwartet hätten. Also von Gems da. Das ist eine Zusammenfassung. Von Lowebe. Gems da bloß mehr zu Pass of Exile. Jo. Das Killer-Video, genau das Killer-Video. Schauen wir mal. Aber bis jetzt ist es ganz gut gemacht. Man muss auch fairerweise sagen, es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Es ist ein guter Ansatz, wenn man jetzt hier die Leute holt, die halt super tief in den Spielen drin sind. Ich meine, ist ja auch so, wenn Diablo das so ist, fragen sie auch mich für einen Podcast oder so, ne? Und nicht die Maurice. Was? Wer hat das gesagt? Hattet ihr auch gerade ein Echo? Wird der Maurice POE 2 spielen? Klar wird er das, ne? Kann man schon einen Nekro spielen? So einen Fake-Nekro-Minion. Tja. Das ist ja jetzt hier die Minion-Variante. Also da muss man dann eh schon gucken. Da muss man dann eh schon gucken. Über das Skill-Menü könnt ihr die Zusammensetzung der Armee anpassen. Ihr könnt... Es wurde vorhin gesagt, dass wohl anscheinend auch schon im Early Access eine deutsche Textausgabe dabei ist. Immer eine deutsche Sprachausgabe wird es nie geben im POE. Aber es ist vielleicht ganz cool, wenn schon der Großteil auch hier schon funktioniert. Wundert mich. Ich dachte mir, das kommt alles erst zu Release dann. Aber anscheinend geht es auch jetzt. Anscheinend funktioniert das auch jetzt schon. Also wenn du jetzt POE 2 spielst, das ist hier halt den, ja, mit einer deutschen Ausgabe. Das ist deutlich früher als erwartet. Also von dem her kann man das definitiv mitnehmen. Und das Mitnehmen ist jetzt der perfekte Hook. So. Ich bin einfach... Okay, wir sind back. Lasst uns da weiterschauen. Ich musste kurz rausgeben. Die Bastelbox kannst du dir nicht kaufen. Die wurde zugeschickt. Bezentriert euch auf die Schwächung der Gegner, während eure Diener... Also einen richtigen Nekro gibt es zum Start nicht. Also diese Spezialisierung. Du kannst zwar den Witz spielen. Als Ascendancy-Option stehen euch der Infernalist und der Bloodmage zur Verfügung. Welcher war der Demon? Als Infernalist beschwört ihr einen Höllenhund, der Feinde in Brand setzt und ein Teil eures Schadens abfängt. Euer Mana verwandelt sich in brennende Flammen, die durch... Infernalist ist der brennende... Okay, verstehe. Wo findest du den Code? Den kann ich dir kurz linken für diese super umfangreiche Docks. Das müsste... Hier, da habt ihr alle Infos. Zauber aufgeladen werden. Oder im Discord. Läuft das Mana über, erleidet ihr Schaden. In eurer Dämonenform steigern sich euer Schaden und eure Zaubergeschwindigkeit. Ihr werdet jedoch verwundbarer. Der Bloodmage... Aha, man kriegt mehr Damage in der Demon-Form. Egal. Opfert Leben und Mana um mächtige Zauber... Ist so wie Glaskanone. ...prober zu wirken. Dafür hinterlassen besiegte Feinde Lebenskugeln, die euch schnell Heilung bringen. Dieser riskante Stil belohnt euch mit verstärkten Zaubern. E-Sorceress ist eine klassische Fernkampf-Magierin mit einem Schwerpunkt auf Elementarmagie. Ich muss echt sagen, was mich am meisten interessiert dann, wenn der Early Access startet, ist, ob man echt nur am Kiten der Gegner ist. Also, ob das besser funktioniert oder ob man wirklich nur rumläuft, rumkitet, rumläuft, rumkitet oder ob das hier ein... Ja, dass das hier alles ein bisschen zackiger und fluffiger vonstatten geht. Sie entfesselt Feuerbälle, Eisexplosionen, Blitze und vieles mehr. Ihre Stärke liegt in der Kombination und den Synergien ihrer Zauber, die sogar elementübergreifend wirken können, um dann verheerenden Schaden zu verursachen. Die zwei Ascendancy-Optionen sind der Stormreaver und der Chronomancer. Als Stormreaver beherrscht ihr die Elemente... Ich habe sehr viel Feedback von der Community unter den letzten BOE-Videos gesehen, dass super viele diesen Chronomancer spielen möchten. Und zwar nicht, weil er so geil ist, sondern weil sie glauben, dass man mit denen am meisten buggen kann. Das ist mal ein Ansatz, ey. Elemente perfekt. Kritische Treffer beschwören mächtige Stürme, die Gegner schocken oder einfrieren. Ihr nutzt Schock und Kälte gezielt, um Schaden zu maximieren oder euch vor Gefahren zu schützen. Der Chronomancer manipuliert die Zeit selbst. Ihr könnt sie anhalten, euren Stand... Aber wäre der Chronomancer vielleicht die perfekte Klasse, um den ein oder anderen schlechten Witz zu machen? Weil der ist ja im Endeffekt zeitlos. ...und eure Ressourcen zurücksetzen oder mit Timesnap alle Abklingzeiten eurer Zauber sofort erneuern. So bleibt ihr stets ein Schritt voraus. Um deine Ascendancy-Klasse... Wow, wow, wow. Test of Strains. Ah, okay, das Trial ist das. Ich weiß nicht, ob das besser ist oder schlechter, wie auch immer. Freizuschalten müssen spezielle Prüfungen während der Kampagne absolviert werden. Diesmal nicht im Labyrinth, sondern in unterschiedlichen Herausforderungen. Alle benötigten Punkte können durch eine einzige Prüfungsart gesammelt oder aus verschiedenen Prüfungen kombiniert werden. Im Early Access stehen zwei Prüfungsmechaniken zur Verfügung. Eine weitere soll zum Release dazu kommen. Das Trial of Sekema ähnelt der Sanktum-Mechanik aus Path of Exel 1. Ihr erfüllt Aufgaben, vermeidet Treffer und arbeitet euch durch Räume mit Belohnung. Am Ende wartet ein Boss, der zwischen euch und euren Essen... Der sieht ein bisschen aus wie dieser BOE-1-Gruben-Boss. ...denen Sie Skillpunkten steht. Dieses Roguelite-Minigame kehrt in erweiterter Form im Endgame zurück. Die zweite Option ist das Trial of Chaos. Hier begegnet ihr erneut dem Trial-Master aus Path of Exel 1. Ihr wählt Tribute, die die kommenden Räume erschweren. Erhaltet dafür... Es gibt auch Corrupted wieder, weil das ist eigentlich das Wichtigste. Ihr wählt Tribute, die die... Hier. Corrupted... Achso. Corrupted-Versionen. Also gibt es den Wahlorb auch in PoE 2. Der mit Lass mal dein Glück rollen. Jau, der ist das Allerwichtigste. Hier, Round 2. Ah, da kann ich es dann hochstellen. ...kommenden Räume erschweren. Erhaltet dafür aber bessere Belohnung. Die Effekte der Tribute können sich stapeln und auch hier erwartet euch ein Boss-Camp. Falls ihr davon nicht genug bekommen könnt, gibt es diese Mechanik auch nochmal im Endgame. Wie in Path of Exel 1 spielen Orbs eine zentrale Rolle. Sie tauchen nun häufiger auf und sollen mehr genutzt werden. Nicht benötigte Ausrüstung kann zerlegt werden, um Orbs, Quality Currency oder Sockelmaterialien zu erhalten. Ja, es gibt wieder Sockel in Ausrüstung. Jetzt jedoch speziell für Runen. Runen bringen zusätzliche Mods auf unsere Ausrüstung. Dass es hier auch eben dieses Sockelsystem exkludiert wurde, ist meiner Meinung nach der wichtigste Schritt, den BOE 2 macht. Weil das war im BOE 1 immer ein richtiger Krampf, wenn du dein Six Linked richtig eingefärbtes Item ausgetauscht hast. Um wieder auf ein Six Linked richtig eingefärbtes Item zu kommen. Also viele, die BOE 1 gespielt haben, wissen das. Generell diese ganzen Farbschemen und whatever. Das war wirklich immer auch ein bisschen der Krampf und hat auch teilweise zu enormen Kostenpunkten geführt. Weil du konntest ja auch über das Trading Items holen oder whatever. Also diese ganze Link-Geschichte, ich glaube, das ist deutlich, deutlich besser geworden. Was mir persönlich noch gut gefallen würde, ist, wenn sie die Unique Items, diese einzigartigen, ein bisschen herausheben. Weil im BOE 1 waren 90% dieser einzigartigen Items einfach für nichts. Diese Unique. Du hattest wenige, die hast du gebraucht für die Builds. Die waren unbezahlbar, schweineteuer. Aber sonst war das alles durch die Bank Bullshit. Gold sind nicht accountgebunden und können frei gehandelt werden. Gold wird als Transaktionsgebühr erhoben, um die In-Game-Tauschbörse für Orbs und... Wird, weil ich es jetzt nämlich im Chat lese, wird es einen Solo-Selfound-Modus geben im Early Access, also SSF und Hardcore? ...und Verbrauchsmaterialien zu nutzen. Der Handel von Gegenständen erfolgt weiterhin über die offizielle Trade-Webseite. Ah, okay. Ich verstehe es nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob ich das damals den Jonathan gefragt habe oder nicht, weil ich wollte mich nicht unbeliebt machen. Ich meine, schau dir das an. 140 Diviner ist 40.000 Chaos. Wieso die kein Auktionshaus machen? Ja? Natürlich wegen den Bots und so weiter, aber es wäre so viel bequemer. Hey, World of Warcraft bekommt es doch auch hin. Ja? Und vor allem für viele neue Spieler wäre das so viel angenehmer. Es gibt nichts Schlimmeres wie, du siehst Items und schreibst zehn Leute an, keiner reagiert. Oder es ist genau dieses Item, was du haben möchtest, weil es nämlich deine Widerstände und alles matcht. Und der Bengel ist nicht online. Oder reagiert nicht. Und ist nicht online. Und reagiert nicht. Und du, ey, du rastest aus. Ja? Oder Currency Flipping oder all diese Geschichten. Ich glaube, das wurde jetzt in BOE 2 besser gemacht. Das ist jetzt Meckern auf einem hohen Niveau. Aber die, die ein bisschen BOE 1 gespielt haben, ganz geschweige vom gescammt werden, dass du praktisch so ein... Ach, okay, der hat ein Mageblatt rausgesucht, deswegen ist es so teuer. Dass du dann halt vielleicht ein Mageblatt oder irgendein Item nimmst, was für eine schweinhohe Summe drin ist. Und der gibt ja die schlechtere Version, weil hier ein Prozent weniger ist oder zwei Prozent weniger. Also du müsstest es da und da noch mitnehmen. Also ja, Webseite handeln ist Teil der Erfahrung. Wir haben 20, 24, excuse me. Die direkt mit deinem Account verknüpft ist. Nun zum Endgame von Parva Wechsel 2, denn das verspricht bereits im Early Access viele Inhalte. Der neue Map Atlas erinnert mich optisch an Heroes of Might and Magic und ist voll von Aufgaben, die wir abhaken wollen. Mit Wegsteinen bewegen wir uns von Zone zu Zone. Dabei erhöhen wir jedes Mal die... Ich hoffe, POE legt euch keine Steine in den Weg. Bei meiner Orientierung brauche ich doppelt so viele Steine. Schwierigkeit bzw. das Map-Tier, je weiter wir voranschreiten. Die Maps funktionieren ähnlich wie in Parva Wechsel 1. Das ist so, glaube ich, einer der wenigen Ausschnitte, also das ganze Videomaterial ist ja von der Präsentation, ne? Und das ist so einer der wenigen Ausschnitte, wo du mal siehst, wie das Ganze dann zu einem späteren Verlauf ausschaut mit Farm-Tempo. Die Maps funktionieren ähnlich wie in Parva Wechsel 1. Weil es ist immer oft das Problem, dass die Leute dann sagen, jo, das ist so langsam und hey, da gibt es kein Tempo. Aber wenn du die Skillungen dann zum Mid- oder Endgame ausgebaut hast, dann wird das Schweine schnell das Game. Ich meine, für die Leute, die POE 1 gespielt hat, ihr wisst ja, da gab es Builds, da kommst du nicht mehr hinterher. Also das, glaube ich, das Potenzial hat auf POE 2. Es ist halt einfach dieser Part vom Leveln geht es los und dann geht es halt langsam hoch. Jedes Mal, wenn ihr ein gutes Item habt, könnt ihr das gerne an mich abgeben, dann bleibt ihr bei der gleichen Geschwindigkeit. Zufällige Monster, Schreine, Essenzen oder Strongboxen, alles im passenden Biom, je nachdem, wo wir uns gerade auf der Endgame-Karte befinden. Und natürlich gibt es auch hier ein Skill-Baum. Durch erledigte Zonen bekommen wir Atlas-Skill-Punkte. Mit denen passen wir... Das ist auch so eine Thematik, die dann richtig spannend wird. Was möchtest du farmen? Also ein POE, ich nehme mal an, das wird im Zweier wie im Einser sein. Dann fokussierst du dich ein bisschen. Wirst du zu einem Map laufen? Also wirst du zu einem Map-Runner? Oder machst du vielleicht Delph oder whatever? Und wo spezialisierst du dich darauf hin? Also die Stärke von den Spielern im Pass-of-Excel liegt dann in den Kombinationsmöglichkeiten und wie gut sie die durchcheckt haben und wie viel Currency im Schnitt pro Stunde oder so erfarmen. Und je mehr Currencies sie haben, umso bessere Items und umso weiter und umso schneller und wieder back. Das ist jetzt für alle, die anfangen, nicht so relevant, sage ich mal, sondern die müssen erst mal schauen, so wie halt jetzt jeder auch im Pass-of-Excel 2 Early Access, einfach mal, welche Mechaniken gibt es überhaupt, wie funktioniert was und dann kann man langsam anfangen, das zu kombinieren. Deswegen ist ja auch der Early Access 6 Monate. Global alle zukünftigen Zonen, etwa für mehr Monster oder bessere Drops. Auf der riesigen Karte finden wir außerdem Hide-Ords zum Freischalten, wir können Türme erobern, um mehr Überblick zu gewinnen und weitere Endgame-Mechaniken zu entdecken. Aus Path of Wechsel 1 haben es bereits einige der beliebtesten Mechaniken herüber geschafft. Breach, Ritual, Delirium oder Expedition. Hinter all diesen Begriffen stehen in sich geschlossene Endgame-Mechaniken mit unterschiedlichen Aktivitäten, Loot-Tabellen und Bossen. Das Schöne ist, wir können alles nach und nach auf der schier endlosen Endgame-Karte entdecken. Vielleicht gefällt euch eine der Mechaniken ja besonders gut, denn mit den Tablets fokussieren wir unsere Lieblings-Mechaniken. Platziert auf einen Turm garantieren sie die Mechanik in benachbarten Zonen. So sammeln wir etwa Breach-Splinter, die zu einem Breach-Stone führen. Eine massive Breach-Area mit einem Boss. So einen eigenständigen Gameplay-Loop hat jede der genannten Mechaniken. Schließlich wartet auf dem Atlas noch eine große Festung mit einem ultimativen Endboss. Das Problem wird hier nicht sein, also das ist jetzt auch meine persönliche Einschätzung, das Problem in Pass-of-Excel 2 ist es nicht, dass es nicht genügend Endgame oder nicht genügend zu tun gibt, sondern dass du mal die Leute, vor allem neue Spieler, dorthin bringen musst. Weil wenn du da dann bist und bis du das mal farmtechnisch anfängst oder so, dann sind ja schon mal 50, 70 Stunden dahin. Weißt du, wie ich meine? Also das ist so ein bisschen, dass es die Leute ermüden, bis sie dort überhaupt hinkommen. Für den wir drei Schlüssel von den ansässigen Fraktionen sammeln müssen. Jeder beschützt von Bossen und deren Lieutenants. Wie es abseits dieser Inhalte noch während der Early Access-Frage... Jesse wird das Bild von dir geben. Ehrlich gesagt verhandle ich gerade mit Pass-of-Excel ein bisschen drüber, ob ich was machen soll oder nicht. Beziehungsweise haben wir schon ein großes Google Docs für den Einstieg, wo die Leute sich dann zurechtfinden. Also ich habe es euch vorhin schon gezeigt, vielleicht hier nochmal. Da steht alles Wichtige zusammen, von den Mods und so weiter, weil die POE-Mods und generell POE-Spieler aus dem Umfeld, aus der Truppe, die sich dem angenommen haben, um der Community zu helfen, die haben ja wie gesagt 50.000 Stunden gespielt. Und ihr Wissen ist da niedergeschrieben. Und vielleicht werde ich aus dem Niedergeschriebenen noch das ein oder andere Video zaubern, weil die Leute einfach zu faul sind zum Lesen, beziehungsweise das ein oder andere mit einem Video hinterlegt deutlich besser zu verstehen ist. Aber für den Anfang sind die knapp 20 Seiten plus mal ein sehr guter Einstieg, um alleine zu wissen, was gibt es, wo komme ich hin, wie komme ich hin, was kann ich da machen und und und. Was die Phase weitergehen wird, haben die Entwickler aber noch nicht konkret verraten. Die Early Access Phase ist, wie vorhin bereits erwähnt, für mindestens 6 Monate geplant und soll idealerweise alle 3 Monate neue Inhalte bekommen. Hier möchten die Entwickler sich aber nicht festlegen, da sie nicht wissen, wie viel Arbeit durch Bugfixes... Ah, hier oben standen noch die ganzen Akte. Der Early Access kann voll gestreamt und auch von jedem gespielt werden. ... und Balancing auf sie zukommen wird. Das, was ab dem 6. Dezember schon da ist, sollte euch aber bereits für viele, viele Stunden beschäftigen können. Vorausgesetzt, die Early Access Fassung ist direkt gut spielbar und kommt nicht mit zu vielen Fehlern raus. Von allem, was ich bislang gesehen habe, macht Path of Exile 2 aber schon einen sehr hochwertigen Eindruck und es würde mich sehr überraschen, wenn es zum Early Access Start massive Gameplay-Problem... Sag sowas doch nicht. Ja, also da bin ich mal nicht der Meinung. Das Video ist super und Dankeschön für die Zusammenfassung. Gar keine Frage, ist auch unterhalb verlinkt. Wie es auch schon bekannt gegeben wurde, haben viel mehr Leute den Early Access Zugang gekauft, dass es Grinding Gear Games erwartet hat. Das heißt also, mit Serverproblemen ist definitiv in den ersten Tagen zu rechnen. Und das ist Freitag, 20 Uhr Start vom Early Access. Das heißt also, die Warteschlange, die geht bis Montag. Also da bitte, ich meine dadurch, dass Wochenende ist oder Sonstiges, stellt euch, das Ganze läuft sechs Monate, stellt euch darauf ein, dass es in den ersten Tagen das ein oder andere Problem serverseitig geben wird von dem puren Ansturm der Leute. Ich rechne persönlich auch damit, dass Path of Exile 2 auf Twitch wahrscheinlich eine Million knacken wird in der Viewer-Kategorie und beim Gamen 250.000, 300.000 gleichzeitige Spieler. Und damit knallen die Korken und gleichzeitig die Sicherungen der Server. Ist so, ist so, ist jetzt meine Ersteinschätzung. Hätte bei weitem nicht gedacht, dass das so hoch geht, aber da wird es halt einfach richtig scheppern ab dem 6. Dezember. Da wird es dann richtig scheppern ab dem 6. Dezember. Ist kass. So.